Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VIII Remastered. Wir machen die Outgifts weiter und gehen langsam zum Finale des Spiels. Langsam müssen wir in die Pan... Was war's? Auf jeden Fall dieses riesige Schiff. Und dieses riesige Schiff ist hier hinten. Ja, das ist nicht mehr so. Da ist es. Jetzt ist es ernst, volle Kraft voraus. Ob wir da halt durchkommen? Keine Sorge. Sind die MGs und die Kanone bereit? Sind bereit. Ich werde Bumm Bumm machen und ein riesen Loch hineinbohren. Ein Schutzschild. Wir durchbrechen es einfach. Soll ich fliegen? Nein. Noch nicht. Das war ein Spaß. Hä? Nein. Ich suche jetzt grad... Oh, ich bin doof. Ja. Gehen wir. Okay, jetzt können wir gehen. So fliegen? Ja. Also da kann man nochmal... Ding... Äh... Wie heißt's? Nochmal... Seine Sidequests machen. Das war mal ein Krach. Das war mal ein Krach. Bestimmt sind es mal wieder die Seeds. Möglichkeit negativ. Diese Stimm. Nein! Ich hab's an den Maltyp erkannt. Ah. Also mal doch Squall. Verstaunen. Gelegenheit. Genau. Drückt mal Renoir raus. Blödsinn. Renoir bekommt ihr nicht. Wir holen unsere Leun zurück. Adele wird auch nicht wieder erwachen. Das ist mal unfair. Ihr wollt mal zu viel. Gespräch sinnlos. Robin. Genau. Mal los. Oh was? Man muss gegen die kämpfen jetzt? Okay. Hab ne lustige Idee. Hier wird's wahrscheinlich schon was. Oh Haas oder? Da werde ich gleich mal mit Dingen Squall auf Stürmen einsetzen. Oh nein. Scheiße. Oh das heißt ja die attackieren von selber jetzt ne. Das heißt. Ding. Selber drauf und selber angreifen. Hä? Hat er mich langsam jetzt gemacht oder was hat er gemacht? Ah ja er hat mich langsam gemacht. Scheiße. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Die haben sich selber gefickt. Weil er macht mehr. Er macht uns ja Schaden. Das heißt es dauert viel länger, dass der uns Schaden macht. Das ist gut. Das ist echt gut. Dankeschön. Ich bin geschützt. Ich bin geschützt. Schande. Es ist echt gut, dass die gerade sehr langsamer gemacht haben, weil der uns nämlich Schaden macht, weil er nämlich verwirrt ist. Mal wow. Cypher fürchtet dich. Ey gut. Dann ist er nicht mal verwirrt. Dankeschön. Jetzt rechter sehe ich mal. Dass jemand konfus eingesetzt hat, hatten wir auch noch nicht. Das war jetzt glaube ich das erste Mal ne. Okay. Wieder mal verloren. Okay. Tobsucht ist aber eigentlich gar nicht mal so gut, weil dann können wir nämlich nichts mehr machen. Also die attackieren dann einfach von selber. Ja. Er hat Stärke eines Charakters. Okay. Da weiß ich schon mal. Geht behandeln. Rauben. Chef Doping. Rückzug. Okay. Wir haben mal noch nicht verloren. Äh ja, wir werden auch hier nochmal die Stärke von selber upgraden. Da haben wir früher noch mehr glaube ich sogar ne. Wir haben Dichel ja vielleicht hurricanepläne, aber nicht mehr. Und wenn wir gestern. Dann fängt er wieder hier. Also gehen wir dazu noch mal an. Wir werden jetzt die Stärke von nicht mehr ausprobieren. Wir werden uns gut repent. Ah, ich weiß noch nicht. Wir sollen dort fangen wir meinem Kursum. Ach, hier! Den anderen bin ich nämlich zufrieden, mit Xel aber nicht. Jetzt sind es wieder Bix und Wedge. Ja. Warum muss ich Befehle von diesem Greenhorn befolgen? Und Messgerät testen? Dieses Greenhorn ist nun mal der Fortgesetzte. Verdammt. Ich weiß, wenn ich kein Soldat wäre. Bräuchte ich mir normalerweise sowas nicht gefallen lassen. Das ist wohl richtig. Warum quittieren sie nicht einfach den Dienst? Was wäre das denn da für ein Schwachsinn? Hm, das war nur Spaß. Warum eigentlich nicht? Ich höre auf, ich quittiere den Dienst. Äh, was? Wedge, wir gehen das begießen... Das begießen wir. Hä? Ich auch? Natürlich, wir gehen. Äh, Moment mal. Äh, hallo? Äh. Hey. Wenn wir aufhören, kriegen wir auch keinen Soldat mehr. Das sind immer zwei Vollidioten. Die merken nicht mal, dass wir da sind. Wobei das aber viel Peter hier war. Das sind immer weiß. Warum ist der heißt, ich kenne diese Person nicht nicht verloren? Ich kenne diese Person nicht ganz einfach jemanden. Nichts, dass wir hier sind. Nein, jetzt habe ich sie nicht verloren. Ich kenne die Kette und die Kette. Nein, das ist wirklich Teich. Wie geht es? Nein, bitte. Die Kette, die Kettexin wäre. Wie geht es? Ernsthaft? Ich hab dich so stark gemacht, hä? Wieso ist der schwächer geworden? Hä? Wieso ist der denn jetzt schwächer geworden? Das ist doch Schwachsinn! Er ist einfach schwächer geworden. Wird das Ganze. Oder langsam begegnet, dass er bei dem halt weniger Schaden gemacht hat. Kann sie auch nicht sein. Oh Gott, wir sind hier. Ja. 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 Oh Gott, ey. Ist wie ein Labyrinth hier aufgebaut. Wo ist er denn bei 1? Okay. Okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Sonst gäbe es hier, glaube ich, keinen Speicherpunkt. Oh, hegt es auch noch mal. Na, oder? Ich gehe den anderen weg. Gut, wurden wir hier nicht sogar letztes Mal aufgehalten. Ah, ihr mal wieder. Kommt mal nur. Neuer Gegner. Genau. Sie haben mal eine super Waffe. Ah. Okay. Also wir werden jetzt Bosskampf hinter... Bosskampf nach Bosskampf. Kommt jetzt anscheinend aber wieder. Okay. Können wir wahrscheinlich auch nicht essen, weil es ein Bosskampf ist. Konter-Modus der Mobilwaffe ein. Oh. Claire. Oh. Ich habe euch keinen Bock, glaube ich. Ach, Scheiße. Das ist auch Tobsucht wieder. Verdammt. Ich dachte, das wäre nur Haast. Ach, jetzt attackieren sie den Scheiße. Hä? Und machen wenig Schaden. Was ist da los? Hä? Hä? Warum machen wir so wenig Schaden? Hallo. Konter-Modus der Mobilwaffe aus. Ziel-Such-Laser. Alles klar. Ach, attackiert doch die Mitte. Es ist natürlich kacke, dass ich jetzt Tobsucht anhabe. Gary Norwing. Schlau dir direkt die Mitte. Ich habe mich wieder angegriffen. Es konntet doch nur. Corona? Was ist jetzt schon wieder? Hä? Okay, jetzt langsam komme ich nicht mehr mit. Okay, das ist auf jeden Fall verdammt viel Schaden. Oh, jetzt hört doch mal auf die... Ich hasse es, das ist auch so. Ich hasse dir das nie wieder. Jetzt attackieren die irgendwas. Aufgekommen, Renault. Bitte, du bist die Einzige, wo schlau ist. Ich glaube, Renault ist echt die Einzige, wo das Fog ist. Ich glaube, die anderen Fog sind das andere. Kann das? Ja, wenn sie wirklich... Oh, ist das kacke, ey. Wir müssen jetzt wirklich auf Renault warten. Oh nee, Cell auch. Cell hat es auch kapiert. Und Renault hat es verlernt. Verdammte Scheiße, das gibt es auch nicht. Also jetzt muss ich noch nicht wollen. shocking sind wir für die Einzige in den Haupten, die penser sind so klar. Oh jean, es hilft, es hilft, es hilft, es hilft. Und wir müssen uns dann auch einfach schnell so weit weg. Denn man kennt uns nicht mehr, wie wir die Pläne hinterlernen. Nee. Einmaler. Danke, Herr. Wir holen die Leuen zurück. Wir haben Besuch. Kümmern euch um sie. Reichen Stopp. Was zum Teufel. Hören wir mal auf. Zurück gehen. Geh aus dem Raum. Laguna wartet draußen. Hey. Was ist mit euch... Was ist mit euch los? Seifer. Hören wir mal auf. Ich kapiere mal nicht, was los ist. Ich bin es, der nichts kapiert. Ich dachte, wir wären Kumpels. Kumpels. Ja, Kumpels. Wir sind Kumpels. Deswegen wollen wir dir ja helfen. Wenn dein Traum in Erfüllung geht, wollen wir das Möglichste tun. Aber du bist ausgenutzt, Seifer. Deine Träume sind verschwunden. Du bist nur eine Marionette. Ich will, dass du wieder normal wirst, weil wir denen nicht mehr helfen können, soll Squall es versuchen. Es ärgert mich, dass wir jetzt Squall überlassen müssen. Seifer, du willst immer noch weitermachen? Danke für alles, Reihen. Und wir hier. Er wird nicht aufhören. Immer noch auf dem... Immer noch auf dem Rittertrip. Schluss mit Ritter. Betrachte mich jetzt als ein Rebellen. Schwachsinn. Ich hatte schon immer vor, etwas Gigantisches anzustellen. Ich werde nicht aufhören. Ich will stets auf Acht... Auf Acht... Auf Axte sein. Ich bin so weit gekommen. Ich werde mein Ziel erreichen. Ihr werdet es wohl nie begreifen. Das werden wir auch nicht. Okay, das war's mit der Seifer. Oh, was ist das? Was? Wo denn? Dachtest du wohl? What the fuck? Komm her, Squall. Ich bin unbesiegbar. Ach du Scheiße, der hat ohne Duftbrennen. Das hätte ich wirklich lange vorsehen. Wer war das andere? War das Gegamesh? Wo ist der Gegamesh aus dem anderen Teil? Alter, das war so krass aus, gerade die Attacke, ey. Ich habe gerade schon Angst gehabt, dass die Wark wirklich also richtig viel Schaden macht. 1000 ist viel, aber das macht mehr. Muss ja natürlich nicht mehr wissen. Geht das als ja unromantisch von dir, Seifer? Wenn ich das so sagen darf. Blutrausch. Darf ich fragen? Alter. Wo, Spalter? Bist du gespalten, Seifer? Äh, was passiert denn jetzt? Äh! Jetzt würde ich dir ja nicht. Das ist wirklich schwer. Er oder was? Zeit ihr es etwa? Dann wäre ja meine Klinge ab. Ist aber bereit. Ahhhh! Wo ist das los der Zeit? Warum hält das Spiel die ganze Zeit an? Äh, der arme Cypher? Äh, aber gut, nein, wir machen noch weiter. Ich dachte. Cypher? Äh, noch nicht. Ich bin noch lange nicht fertig, Squall. Äh, hallo, das Rino in Ruhe. Squall! Rinoa! Äh, Squall, Cypher hat Rinoa entführt. Wir müssen hinter Cypher her. Cypher, hör auf! Es ist genug! Du bist doch in Wirklichkeit nicht so. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nirgendwo mehr hin. Die Hexen werden eins. Artemis, ja, will es so. Also, das ist einfach. WIEGoldEN oceans. WIEGoldEN seasons. WIE عند uns das? WIEGoldEN 여러분들! WIEGoldENängen billions! WIE telescopiente ist hier! 週 3 ok so wie wir sagen dass wir nicht mal bei fan wenn ich ja auch gemäß dort und schau